nicht mehr und mit der Zoppel das ist gelöst aber sich als Geld sonst von ein Tor weiß Traumierung in Gott Schienen Norwich Fragment schweißen Max Koks also wichtig ich habe das habe ich habe gefällt wie kann man der Tag abbauen noch mal und er hat aber nicht zufällig ein Diamanten geht ebenso so dass ein Alter in der Mieter Lohre bauen doch ein Gesetz für alle der Meta er hat auch was in der Mann ob es sich vor Ort und so steile Rennen beim Leben Rennen beim Leben nichts gemacht Junge ja ach fack ab ich habe doch die Dänen der Mann nicht mit Makare ein Messer ein Alter der abgeht Goldpibes Oh ja, ich bin hier im Gang drin, 1,8 und so Ja Ja Da sind sie jemanden Boah, ey, komm, 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 nice Ah, das war ganz so geil, also jetzt gepasst gerade Nee, ich hab' nicht verschont den Tag, was sie überhaupt geleckt hat Ein Diamanten kann ich nicht verraten Nein Nein Ein Gottgärm wird an 10 Jahren Ja Oh, die Scheißteile, Mann Ja, holen die halt nicht Was? Die Mandeln Woher ich bin? Ich muss suchen Ach, komm, ey Ich will Sinn hier gerade ist Ich brauch eisern Hab' ich so, mein Rest verlaut Nee Hab' keinen gefunden Ha Okay Ja, so mal weiter Das hat das in Tank falsch gebaut Die hat das in Tank falsch gebaut Die hat das in Tank falsch gebaut So you Gib den Tipp, er ist in der Nähe von der Leiter Goldenes Transportrohr, Goldes Ich brauch' ich dann Sportrohr oder Wasserrohr? Wasserrohr, ne? Hallo? Hallo? Ja, Wasserrohr Ich hab' doch nix, Mann Ach, na, wer da ist in Tank ja immer noch nicht richtig Der Tank ist richtig, oder nicht richtig? hier wird was mehr nur aus dem immer zum Komplett vier Ecke und was den Tank komplett die Ecke ich bauen es kommt jetzt die Ecke was das hier hier da oben auf der Weg ein mann nicht da auch ja jetzt weil ich in den Diamanten das zu holen bis zu selten denen so fassbar sein oder so und die zu so und das anbieter jemanden ja was denn ich bin so blöd das scheiß alles sehen von hier unten Ah. Fuck. Ah. Ultramat. Achso, ich hab'n. Danke. Ich hab' voll nicht hier nach hinten geguckt, da. Soll, wer hat'n bitte sehr meine Kaktus abgeholzt? Eh, nett. Wer wollte das auch machen, wie sein Kaktus-Grün? Nein, wegen Dichtungen. Oder so. Hat er die komplett abgeholzt oder hat er das unterstützt stehen lassen? Unterstück stehen lassen. Ach, schade. Ist ja zu geil gewesen, Mann. Der wäre richtig weggegangen. Wo sind meine Katzen denn? Nein. Also, ob es ein Bitterbuch wäre. Ach. Komm schon. Der kann wieder Glasbrennen gehen. Hm? Kann ich bei Glasbrennen gehen, sagte ich. Ja. Bis bei mir Glasbrennen, mach doch bei Bobby. Nee, über den Ahnungsweiter. Was denn? Wieso immer bei mir, Alter? Was denn? Mit Jakker gesagt, geh doch bei Bobby. Auch gleich ich aber Ultra-Rage-Up, ey. Posk. Basse war, was deinogie? enhances ik- Gothic? Das ist doch so. Ich verstehe. Bis erlichte würde Хriis nicht. Ahem. Easy. Easy. Mal mehr, vorhast'n deine Scherbe. Ich bräuchte die nochmal. Das ist ein Stein. Der genau. Klapp, 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 bitte. Ah. Love that shit, love that shit. Dann nehmen wir auf. Eine Stunde und sechs Minuten. Nein. Wir haben jetzt 1824. Okay. Okay. Und 20... Da... Da müssten wir bis 40 aufnehmen. Zeittechnisch. Weil Jacka zu Fahrschule muss. Ah, ich kann mir erzähle ich diese Aufnahme-Scheiße. Kann man nicht nur Mainboard für 480 Euro kaufen. Wo ist der Stein? Ähm... Da hat der drauf ein Course-Avengence-Ramm, 8 GB und i5. Warum kommt sich denn Mainboard für... Nein! mehr Bussen, der Stein. Momental. Okay, 400 Euro ist natürlich ein bisschen leicht übertrieben. Ich würd' mir vielleicht das 1 für 2 Euro kaufen. Aber ähm... das ist zu teuer, das ist ja zu besser, kann man damit übertakten. Und wenn man übertaktungsfähig ist, braucht man mit. Oh, ey. Also, der nutzt das für mich. Ja, du brauchst das, was ich hab. Und eure Dicke reicht. Unabhängig. Reichen auch schon weniger. Gib mal bitte. Ja. Die Dreh nicht, ja. Ja, da kann er ja noch Diamanten machen. Und nur Perle. Wie für das denn? Für meinen, äh, nix Bums. Aha, will der Hecken? Naja, hast du schon uns genau verstanden. Ja, genau. Besonders ich. Wo hab ich denn jetzt? Ja, was musst du los? Sehen vor, sowas. Okay, lass bis 40 auf. Lol, Alter. Was denn ist das? Obsidian, Alter. Ah, ich hatte doch Obsidian, Alter. Das dachte nicht wahr. Hm. Matt, bin ich Matt. Fuck, ich hab auch kein Holz dabei. Scheiße, ich hab das vorhin ganz anders geplant. Was mach ich denn nun? Wo bist du denn gerade? Ich bin in der Höhle und ich brauch nur Crafting Bench. Und ich hab kein Holz. Das ist nicht gut, Robin. Ah, warte. Ah. Ich bin in der 1 mit 8, da kann ich mir mal Holz snacken. Nice. Hast du noch lange gebraucht? Alter, Vater. Ja, ich hab ich umgedritten, wie ich es gesehen habe. Weiß. So wie einfach alle nice, sagt man. Ja. Da ist das auch so viel. Nein. Es ist okay. Ah, warte. Ich wache dann. Ach komm, scheiß auf. Mach ich das mal. Ich weiß, ich weiß. Es ist okay. Du, du, du. Da, du, du. Ich mach, ich glaub ich zwei Reihen, die haben mal Generatoren. Ich mach ... ich mach erst insgesamt zehn Stück. Ach, jetzt zwei Reihen? Ja. In jeder Reihe 5, falls so. A8 übertreibt so wie auf dem Netz auf dem Andi-Server mit einem 40 Stück wo es eigentlich halt wie useless wäre warum? weil es viel ist oh mach halt die Kohle kaputt und wichser ey scheiß Penner ah ja klopft so einmal in der Tür war ich nicht tot die Juden okay, ist tot was denn? du hast was von meinem Feld kaputt gemacht da werde ich mit einem Gassstück kaputt schlagen na 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 die Kartoffel nicht gleich genug Kohle abnehmen dann geht's aber los ich treu gehabt na permettet das nicht nein, geht nicht mehr mein Traum den Bock mehr euer Lattes die mir Eier alt Ah, ist ja noch irgendwas, dann hau ich jetzt ab, Alter. Ich hab keinen Bock mehr auf die Scheißhülle. Äh, was hab ich denn jetzt? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Kohle. Fünf Stacks. Ja. Ja, das war's, wenn hätt ich genug Kolab tricht durch. Ich hab' mehr Kohlefarben, jetzt noch ein bisschen latt. Und 61 Eisenbahnen. Okay. Ich hab' hier auch. Also, also, rohe Eisen, ich kann ja dann noch raus, halt, doppeltes Ding jetzt machen. Fakkel drauf, Gravel, Gefahr. Verdammt dafür nach draußen. Nein, ich hab' ne Fackel abgeschlagen. Ich hab' den Tag um 19 Uhr, nee, um 18 Uhr 20 Updates anschmeißt, ne? Wir haben 18 Uhr 20. Äh, 840. Ja. Dann wird das nicht mit 8 Uhr fertig und ich will um 8 Uhr dann los, ne? Also, sogegen 9 Uhr wollte ich schon eine im d grades. Nicht mal. Schaue ich nicht an. Soll ich nicht an. Ich stell' dich nicht an. Ich stell' dich nicht an. Geht's nicht an? Könnte mich einfach Sat放心 gegeben? O hyped! Ich habe noch einen Hacker. Ich habe noch einen Hacker. Weg, 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 alles klar. Alter, leck mich mir geschrocken, ey. Was ist das, ein Creeper, Alter? 7 Minuten. So, hat Jacks immer noch instant bei mir, Alter. 1, 2, 3, 4, 5. Nice. Da hab ich genau. Ne, oder? Nice. Ich hab genau 5, 6 Kohl gefarmt, das ist das können. Mal was reinhauen. Oh, meine Hand ist kalt, ey. Ob ihr da? Ja. Oh, wir sind ein Eisenbrat. Leute, ähm, so wie du da? Ähm, Bobby, kommst du noch kurz zu meinem Lava-Tank? Juhuah. Ja. Warum läuft das jetzt nicht da rein? Pass auf, komm her. Ach so, ja, doch, ist verbunden. Okay, ja, doch, ist ein Tank, okay. Easy, ähm... Ja, ja, Fehler entdeckt. Also, siehst du das? Komm her. Geh mal weg. Da. Das ist ein Rad, ne? So, aber wenn das auf Rot ist, ist es Rewitz dann. Musst auf Rot stellen. Das kann man drehen. Ja, das ist dann Rewitz dann Motor. Also, wenn das auf Rot ist, dann ist es wie Rewitz dann Motor, der pumpt das dann automatisch. So, lol, lol, wusste gar nicht, dass man was drängen kann. Lol. Lol. Also soll das aussehen? Äh, 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 äh. Da ist Mensch, stimmt ja. Was, was. Da ist zu Mensch, wie ihn. Ja, was. Da ist, zu Mensch, wie ihn sagt, ist. Und dann noch. Also, ich muss erstmal überhaupt, voran kommen. Wie lange geht es vor, wenn auch? Fünf Minuten, also. Okay, weil ich muss, vielleicht noch aufka, essen. Es braucht eine Leiter. bei der Brunners Schule nennen und ich habe auch ich finde schon nicht schlimmer mehr um es ist ja noch zu sein Richtigkeit und zu der Klasse und in der Klasse und installiert damit nicht die Buchladung auf den Verlieren was denn ich so die geilste Klasse ich finde bei mir kein Problem installiert erst mal das ist das unterrichtbar sich schlimm ist ja jemand der Gründer glaube ich Bescheid wie er macht da nicht viel Scheiß alter gesoffen Abwärtsverboten mit in die Wanderung aber der Oswald okay er kommt die Kostmann nach Alter die üben würden die Nebenfachlehrer zählen nicht mehr ist auch so gut in der Monat gibt es nur wichtig dass das Hauptsache es wird Schüsse und dann nehmen wir was aber der Auswahl dann machen wir auch keine Scheiße da doch machte er wie auch Mathe aber nicht so extrem viel wenn ich den Anruf treibt es mal 3 aber ich habe auch Montag aber auch mit Grund, wenn wir hier auf die Rette gehen dürfen, muss man halt aus dem Unterricht gehen, das ist aber ständig, das würde ich auch tun. Ich habe so echt gebildet mit deinen Tintenfischen. Warum trotzst du noch mal Tintenfische? Ich? Ja. Für Schwarz. Ja, ich mache es auch Schwarz. Ich? Nelv, du machst Gelb. Ich verstehe Tjag nicht. Wo ist denn jetzt das Ding jetzt hin? Jetzt hatte ich Schwarz mal Nelv. Wie legst du eine Kabel? Ich bin ein bisschen umständlicher. Darf ich nicht reporten? Warum? Weißt du noch, Alter, auf Annischt, Mann? Guck mal her, guck mal her, guck mal her. Boah, das ist schön. Du legst deine Kabel hierher, hier. Hier um eine Kurve. Und dann hier hin. Warte, ich will es sehen, nicht wegbauen. Du wirst nicht mehr. Du wirst nicht mehr. Du wirst nicht mehr. Du wirst nicht mehr. Guck dir mal her. Hä? Äh, was denn? Sehr ohne Weg? Hallo, äh, tja, ne? Ja, hallo, Alter, ich brauche hier ein bisschen in Ordnung. Ach so, so. Ich soll das einfach von hier, von da aus hierhin machen könntest, ne? Ist ja nicht so, ne? Das ist ja auch nicht wie auch nicht oder kürzer oder so. Nee. So soll ja was ins Auge sein. Ah, ja. FDP, okay. Never heard so many shit up at one time. Never heard so many shit up at one time. Never heard so many shit up at one time. Never heard so many shit up at one moment. Ohhhh. Ah, die Folge ist jetzt zu Ende, ich will... Ach, ich hab ja mein Ziel geschafft. Ich hab ja meine HE-Karte gemacht. HV meine ich. Ja, hab auch mein Ziel geschafft. Dass der Lava fliegt in meinen Lava-Tank. Ich auch. Noch ein bisschen mehr davon. Also auch nochmal zu Ende jetzt, oder was? Ja. Jetzt. Alter Shit. Gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Aufnahmesession. Nö. Oh. Oh. Verdammt falsch. Ach, jetzt.